...zu rollen und vielleicht auch noch mal ein kleines Likachin zu machen. Geht da unbedingt hin, das ist wirklich toll. Dann kümmern wir uns natürlich kostenfrei, wie man es von uns kennt, um die Kids ab drei Jahre. Und wir haben hier auch einen tollen Teenie-Bereich geschaffen. Also das ist wirklich das Teenager-Paradise. Wenig Tageslicht, viel Elektronen, eine kleine eigene Disco. Da können die ersten Kontakte geknüpft werden. Wenn es richtig gut läuft, dann sieht man seine 13-jährige Tochter vielleicht die ganze Woche nicht. Da fühlen sie sich wohl, da ist sie gut aufgehoben. Und letztendlich ist es ja so, unser Familienvater, Herr Ortkämper, wird auch noch in den Genuss kommen, wenn deine Kinder in die Pubertät kommen. Das tun mit Sicherheit auch seine Kinder. Da ist der Wave-Club. Der Papa hat jetzt Urlaub. Ich freu mich jetzt schon drauf auf die Zeit. Hast du erwähnt, dass wir jetzt zum ersten Mal auch die Kinder unter drei Jahren betreuen? Habe ich ungefähr eine halbe Stunde eben drüber gesprochen. Hast du gesagt, was das kostet? Nein, das ist nicht gut. Das kostet pro Stunde 10 Euro. Und wichtig zu wissen, ich glaube, das ist manchmal für gestresste Eltern eine gute Notiz. Man kann die Kinder nicht mit dem Check-In dann dort abgeben und dann zum Ende wieder abholen.